Willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast mit dem Patton mit der Tuana und mit der Taschenrakete, Geschweine mit Triple So jedenfalls hatten wir ja in der letzten Folge das Thema Frauenquote und die halbe Frau natürlich war ja angeblich auch Triple Patton hat dann gesagt von wegen, ja schreibt es doch in die Kommentare ob ihr für Triple Geschweine, ob Triple Transluss genannt ziehen soll. Naja, wir haben jetzt kein direktes Translusskin gefunden, aber dafür diese Skin Triple, komm mal vor Der will nicht Sieht das nicht süß aus? Also jetzt muss er die ganze Folge damit spielen, ja? Danke an den, der das Kommentar geschrieben hat der möchte das sehen Ja, der möchte das bestimmt sehen Also es ist einer der es ist jedenfalls jedenfalls einer, der gerne meine Folgen sieht und von daher wirst du bestimmt dein Glück haben Hätt mal auf, weiter in die Sendung zu gucken sonst kriegst du Ärger So, jetzt brauche ich aber was zu essen und wir sind ja auch, hör mal auf Ich habe wirklich nur noch ein Herz Oh, jetzt habe ich noch anderthalb Herz So Jetzt bist du tot Oh Alle mal aufhören Tja, meine Damen und Herren das passiert, wenn man nichts zu erfressen hat Toll! Das fängt ja schon mal ganz richtig gut an hier Da kommt der gnadenlose Tod Da kommt der gnadenlose Tod Da kommt der gnadenlose Tod Okay Also, keiner Wieso Wieso ist er jetzt raus? Bei mir ist einfach mal das Minecraft abgestückt Bin gleich wieder drin Jo Das ist ja nicht so schlimm Wir können ja trotzdem reden Lass weiterlaufen Genau Wo ist Herr Trippel hin? Ganze steht in seinem Haus und kocht Achso Achso, nee, das war ja gerade Petten war das gerade eben, der rausgegangen ist Ich habe TN Plus gelesen und habe nur das T gelesen und habe gedacht, Taschenrakete So Ich darf, also ich habe ja einen Anschluss von Tuana bekommen heute Nachmittag und zwar hat sie gesagt Ich habe mal deine Folgen angeguckt die Schweine und unsere Folgen und sie hat gesagt Ich bin nur am Ruhmrennen, aber mach nichts Ja Bleib doch mal stehen Kann ich bestätigen Und das sagen Ja, wir machen nichts Kann doch nicht einmal stehen Und jetzt gucke ich erstmal, ob ich eine Axt habe Nö Twayne, ich glaube, der Trippel will, dass du stehen lässt Achso, der gibt mir Hütschen, aber von woher? Ich sehe dich gar nicht Du bist bei mir unsichtbar Jetzt bin ich wieder da Ja, aber du bist bei mir unsichtbar Warte, ich schlack dich mal Siehst mich jetzt? Nö So, Twayne, außerdem Ey, du bist echt unsichtbar Yeah, invisible Petten, ich töte dich Ich, Petten, ich töte dich Du siehst mich nicht Oh mein Gott, wo ist er? Wo ist er? Wen? Ja, ich will mir bloß eine Axt jetzt schnell machen Äh, ne Dings hier Du siehst mich, oder was? Ja Aua, 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 aua Mami Mach die Fliege Ich will mir bloß nur eine Stein, äh, Dings machen, dass ich mir Holz hole jetzt Weil das ein Wachhund gerade an deinem Haus petten So in etwa Na, Twayne, machst du mir jetzt einen schönen Weg Ja, weil die hessischen Steine hier, das gibt's doch nicht Geil, wa? Oh, hässlich, ja Ja, das wollte ich ja eh noch alles machen, also von daher Aber ich geh jetzt erstmal schön in den Wald Vertrauen an den Holz Weil wir müssen ja unseres, äh Ach ja, ja Ja, Getreide hab ich schon, aber egal Genau, Getreide hast du Und, äh, ich geh bloß jetzt mal schnell hier Holz sammeln Ey, wo ist denn mein Stein von letztem Morgen? Obwohl, ich geh wieder zurück Wir gehen, glaub ich, jetzt erstmal alles schlafen Yay Wille Schlafen Ich steh gerade nur noch vor meinem Bett Ey, wieso seh ich dich nicht? Siehst du den? Ja Ich seh ihn Ich konnte ihn grad verprügeln Ja, das bedeutet, du musst neu anfangen Ne, das nicht Also ihr seht, ne Das ist auch mal ne geile Folge Voll der Bug irgendwie Alle sehen sie ihn Und ich bin total irgendwie Paranoid oder schizophren Je nachdem wie man es sind will Leute, geht's mal schlafen Genau, wir gehen jetzt schlafen Ich hoffe, der Albtraum hört auf Und, äh Triple ist nächsten Tag wieder da Also ich seh ihn nicht Ich bin im Bett Ja, ja, ja Glückwunsch, petten Du hast gelernt zu schreiben Er hat ja nochmal seinen Deutschtest gestern wiederholt Habe ich echt Habe ich gestern echt geschrieben hier Ich seh den echt nicht Doch So, ich brauch kein Holz Ja, ich bin ja jetzt Holz sammeln Ich brauch kein Holz Wieso brauchst du Klar brauchst du Holz fürs Dach Nein Aufs Dach kommt Glas Achso, okay Dann mach ich jetzt ne Dann mach ich Hat jemand Eisen? Bisschen, ja Ja, mach mir mal bitte Mach mal ein Eimer Dass ich mir Wasser holen kann Wasser Ja, Wasser Ich brauch, ich brauche Sand Ach nee, komm, lass ich hol Sand Wieso, wieso willst du Sand holen? Du brauchst du Sand Glas Glas Ja, aber ich wär, ich wär hier Das wird ja ein Getreide aus Ich bin aber wo ganz anders Weil, äh, ich will doch hier Wir wollen ja ein Getreide weg Geweckt Richtig, ich brauch aber Glas Damit das Dach abdecken Genau Und ich brauch ein Eimer Um Wasser zu holen Und, äh, noch ne Hark Um dann Du brauchst drei, du brauchst drei Eimer mindestens Damit du wenigstens Ich kann das, ich kann das auch mit einem Eimer machen Es gibt nen Trick Oh, 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 oh Drain du unser Held Wann mal, wie viel Felder sind das? Ganz doll 3, 4, 5, 6 8, 9, 10 11 11, 10, 5 1, 2, 3, 4, 5 Wer ist in meinem Haus? Jawohl, die Transe Alter Was denn? Ey, solange du nix machst passt Ich mach doch gar nix mit Mann, 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 Mann Ich bin misstrauisch, Alter Aus Geschenke Für die Weihnachtstranse Er ist die Weihnachtstranse Ist das zu geil No Aber ich mach dir nur ganz zu, oder? Meinst du mal? Ich hab dich nicht verstanden Na, ich weiß Na, der kommt wieder weg Nein Oh mein Gott Oink, oink Also, Peter Komm her und sag das doch mal Aber wo setz ich denn jetzt das Wasser hin? Ach, ich setz das jetzt einfach hier hin Pilzsuppe? Wieso hast du eine Pilzsuppe gemacht? Kenn ich ja noch gar nicht Ja, siehste mal Unterwegs Pilze findet damit jemand mit ein Oh, hast du die Schale? Also, also die Tanze hat Drei Holz Eins links Eins in der Mitte Und eins rechts oben Was? 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 Oben links in der Ecke Oben rechts in der Ecke Und in der Mitte Mitte Hast du einen Eimer jetzt gemacht? Petten? Ja, du hast dir gesagt Äh, du Irgendwas Ja, ich brauch einen Eimer Bist du schon bei mir? Ja, gleich Ah, da kommt er Ähm Äh Guckst du hier drin, ist das Eisen Jetzt sag bitte nicht, dass du nicht weißt, wie du einen Eimer machst Oh mein Gott, ich weiß es echt nicht Ne, oder? Äh, mach mit drei Eisen so eine U-Form Das war ein Joke, Mann Ah, dir wäre fast drauf reingefallen Ja, Petten schon Der hat mir gesagt, wie ich es machen soll Ist halt schade, aus welchem Grund ich es dir sagen musste Ja Du willst jetzt sagen, dass ich dumm bin, wa? Wie kommst du da rauf? Du doch nicht Nein, niemals Allein diese Lachen, wer weiß, was geht Hatten wir drei Leder? Äh, ich hab eins, also ich könnte eins bestimmen Ich hab drei Leder Ja, damit Ja, komm zum Gewächshaus Die Trense will Leder Ja, ich brauch mir ne Lederrüstung Ohhhh 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 Trense ist geplatzt Oh, ihr seins Gentleman Das war ein Blow Up Nicht zu wechseln mit Blow Chop Ich sag nur, nein, das wird sag ich jetzt nicht Ich werde vielleicht noch besser so Ich wollt grad, das, 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 das wird sagen, was ihr jetzt letztes war Ja, du wolltest dich versagen, das ist aber nicht gut Nein, nein, das wird, wo, über das eine Video, weißt du, worüber wir gesagt haben Oh, Anna, hier drüben liegen noch Fackeln Oh ja Ich weiß, was du meinst Genau Wenn ihr das genau wissen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare Nervt mich so lange, bis ich es endlich euch sage, aber Ob ich es sage, weiß ich nicht Ähm So So Wirst du eigentlich nicht einfach hier hinten lang? Wirst du mal außen rum, brav durch die Tür, statt durchs Fenster zu springen? Wer? Rain Was ist das mit mir? Warum springst du eigentlich nicht? Weil da überall Scheiben sind Sö, nicht überall Ach, da hinten sind wohl keiner oder was? Lol Stol Deswegen, deswegen habe ich doch gesagt, ich brauche Glas Naja, ich habe jetzt Sand gesorgt Ja, Sand und ich brauche immer noch Wasser Kennt ihr die Werbung mit dem Früher so Weiß nicht, aber noch ziemlich gleich mit dem Mit den Filzstiften Die da mit Wasser gefüllt werden können Und die Werbung so Ich brauche Wasser Ich brauche mal Akkommalermale Akkommalermale Gut Ja Oh mein Gott Die wollte ich unbedingt haben, immer die Stifte, aber die waren schweineteuer Die Werbung auch immer geil Die in der Wüste sind so, oh Akkommalermale Gut Oh Mist, mein ganzes Glas ist verschwunden Oh Mann Ey, wirklich, jetzt der Unsichtbare wieder hier Ach, schreck mich mal nicht so, ich sehe dich nämlich nicht Das haben Unsichtbare halt so an sich Gar nicht da Aber warte mal, bau mal nicht so weit vor, weil ich muss nämlich irgendwo nochmal Wasser Moment, ich sehe ihn auch nicht mehr Oh, just the big Aha, 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 I like it Aha, aha Wart mal Ich sehe ihn noch Ich sehe ihn noch Das war jetzt fehl, du jetzt einen weiter nach links hier musst Wieso, das sind doch gleich große Ja, aber jetzt sind es bis hinten fünf Aber ihr nehmt nur vier Blöcke immer mit Wasser Geht also nur bis hier vorne Doch, es geht, guck Echt? Ja, weil es von da vorne kommt Ich habe doch jetzt noch Oh mein Gott, das ist doch gleich gerettet, das Ding Ich brauche bloß noch ein bisschen Wasser Ja, und du kannst dann hier dann einen machen Toll, wieso gefriert das Wasser? Ja, einer Schnee In der Schneewelt hat das jetzt hier so die Ich weiß nicht Aber wenn es ein Dach hat, dann gefriert ist nicht mehr, oder? Ja Ja Jetzt fällt es von oben raus Nicht sicher Oh, toll So, das Getreide aus ist auch gleich fertig hier Oh, er ist gefriert Soll ich hier wieder Sand holen? Ich glaube, ich brauche noch, ja Wer macht dir das ganze Glas kaputt? Da ist das Eis, du Kamel Oh, jetzt ganze Eis gerade kaputt Ach du, ach du, ach du bist die ganze Zeit da drin Ich denke, alter, aber es geht hier kaputt, ey Brauchst du, brauchst du noch Sand oder nicht? Ey, der baut da oben ein Imperium, ey Der baut ein Totesstein, bloß aus Holz Der ist gerade nur am Haus bauen, ne? Aber uns helfen ist da nix Hey, der kriegt nichts zu fressen, sage ich dir Brauche ich auch Das ist ein Außenseiter Wurzlitz Brauchst du noch Glas oder nicht? Ich brauche Glas Wie viel mal noch? Ja, aber brauchst du Sand? Äh Ben? Ja Willst du mich gerade verrückt machen? Ja, aber die ganze Zeit hast du nichts gesagt Und Trippel hat auch dazwischen gesagt Und wo gibt es Sand? Hier gibt es noch Schnee Du musst weiter geradeaus Genau Guck in die Richtung weiter geradeaus Und da kommt ein See Und am Rand ist Sand Am Rand ist Sand Das hat sich gereimt Ui, Tuana, wirst du jetzt zur Reimerin? Nein Wirst du jetzt zur deutschen Rapperin, wa? Ja, ja Der rappt dir ein Lied Ach, der See Da ist ja hier mehr, man Soll ich mal neu connecten? Vielleicht funktioniert es dann Nee, warte, warte Die Folge ist eh gleich rum Ah, Gott sei Dank Kann ich es wieder ablegen Hahaha Also, aber ich komme auch wieder mal zurück Ich mache es für den Dunkel Ja, und dann gehen wir Zusammen, ähm Schaufeln Genau Wir gehen dann zusammen schaufeln Ja, schaufeln Wollen wir doch nicht eher zusammen schaufeln gehen? Nein Schaufeln Schaufeln Oh mein Gott, komme ich noch zurück Ja, ich bin ja auf dem Weg nach Hause Ich muss gerade nur hochlaufen Ich habe nicht mehr so viel Jetzt gerade So Jetzt arbeite ich weißte, weißt du so Das ist das Problem Ich arbeite und trete nicht mehr so viel Soll wieso, du bist doch nur am reden Nein, gar nicht Natürlich Lass uns reden Du hörst nicht mehr auf Treen Äh, wer ist grad nicht im Bett? Ich, hab ich grade gesagt Jetzt steh ich gleich auf und kriegst eine Schreiten die sich noch übers Bett, Leute Also, das ist schon zu krass So, Leute, ähm, ja Wolltest du noch was sagen, Patton? Nö Okay Hätte ich dir auch gesagt Na, jedenfalls haut rein, bis zum nächsten Mal Und ich sag mal tschüss, ne? Ja Und die Transe sagt auch mal tschüss, ne? Ich, die Transe sagt tschüss, boah Ciao